Die nächste Überraschung im Mittelfeld davor, Kassip, 21 Jahre alt, Nürkamer von Fenerbahnen. Wir sind die noch nicht ganz vollständige Combo-Killé-Kanata aus Finnland. Sie sprechen sehr gut Deutsch, das liegt daran, dass wir alle dieselbe deutsche Mutter haben. Und fünf verschiedene finnische Väter. Die nächste Überraschung im Mittelfeld davor, Kassip, 21 Jahre alt, Nürkamer von Fenerbahnen. Die nächste Überraschung im Mittelfeld davor, Kassip, 21 Jahre alt, Nürkamer von Fenerbahnen. Die nächste Überraschung im Mittelfeld davor, Kassip, 21 Jahre alt, Nürkamer von Fenerbahnen. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018